Our long national nightmare is over. Our constitution works. Our great republic is a government of laws and not of men. Here the people rule. Die Platte heißt Brust allein. Es geht darum, einfach Grenzen zu überschreiten. Sei es im Tank, im eigenen Leben, immer arbeiten, immer Freizeit mit Freunden, keine Ahnung, einfach Grenzen zu brechen, Neues zu wagen, vielleicht deine Ansichten einfach auch mal zu ändern, um Neues offen zu sein, also für sein Ding zu kämpfen. Und beim neuen Album, das ist wirklich so, dass es einfach, dass wir das auch nochmal gesteigert machen. Also wir haben wirklich, ähm... Wie gesagt, ja genau. Wir haben auch... Ja genau, es geht einfach noch, es ist versattenreicher. Es hat mehrere unterschiedliche Songs. Da jeder unterschiedliche Musik, sag ich in Anführungszeichen, auch hört, ja genau. Ja, dieses Deutschpunk, Streetpunk, aber von dem wollten wir eigentlich auch persönlich nicht unbedingt wegkommen, aber auch mehr Sachen für uns machen. Also ne, unsere Einflüsse hier auch früher, oder jeder Einzelne mit reinkriegt. Und das haben wir eigentlich, finde ich, mit den Songs geschafft. Also bin ich, dass wir, äh... Ja, okay, okay. Das wäre wirklich echt... Die Platte ist auch so, dass auch der Markt zwei Lieder geschrieben hat. Ja. Genau. Die Leute, wie gesagt, haben die Songs geschrieben. Wir kommen zusammen mit den Jungen her. Das hört man dann auch auf der Platte, er singt dann auch, kleine Songs. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Kommt auch noch Abwechslungs rein. Ja, danke. Danke. 28. Eröffnung. Hauptschul's ist mit Cross the Line. Ausatmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020